Hallo, ich bin Sebastian, 34 Jahre, aus Deutschland und habe nach ausführlichen Recherchen die letzten Jahre mich für META entschieden, weil mich das Gesamtpaket einfach überzeugt hat. Und letztendlich nach der Operation muss ich sagen, dass ich den richtigen Schritt gewählt habe. Ich hatte seit Jahren Probleme mit dem Haarausfall, habe mich unwohl gefühlt und dann habe ich mich dazu zu dem Schritt bewegt. Ich habe über das Internet natürlich recherchiert und bin auf META gestoßen und auch letztendlich hängen geblieben, weil das von der Kommunikation am Anfang von Beginn an hervorragend war. Der komplette Ablauf war hervorragend, es war super getimt, es ist ein super professionelles Team, ein super nettes Team, der ganze Ablauf war einfach perfekt und ich hoffe auf ein hervorragendes Resultat in den nächsten 12 bis 18 Monaten und ich ganz nur weiterempfehlen. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, sehr gut aufgehoben vom ersten Tag an, von der ersten Minute an, von der Kommunikation her und ich bin richtig froh, dass ich das gemacht habe bei META. B Untertitelung des ZDF, 2020